Ja, servus. Ich habe mir im Februar von RST diese Airbag-Jacke gekauft. Fusion nennt die sich. Und das System vom Airbag ist von Inmotion, eine französische Firma. In der Hand halte ich die Steuereinheit für den Airbag. Die wird dann im Rückenprotektor eingeschoben, sozusagen. Die Jacke habe ich im Februar gekauft mit der Einheit. Und jetzt ging diese USB-Aufladebuchse kaputt. Also jetzt haben wir September. Im Ende August ging sie kaputt. Und ich habe das dann per Mail angemeldet bei Inmotion. Das Mail wurde ungefähr nach einer Woche bearbeitet. Und jetzt nach einer Woche, drei Tage früher als geplant, hat man mir das Austauschgerät heute zugeschickt. Das fand ich dann sehr komplikationslos. Die Firma sitzt in Lyon in Frankreich, wohlgemerkt. Also die Abwicklung ging komplikationslos auf Deutsch. Und für die Entfernung fand ich dann den Zeitraum dann doch angemessen. Bearbeitungszeitraum. Das Gerät muss vielleicht bestellt werden und dann an mich weitergeleitet werden. Kostenlos. Das alte Gerät muss ich dann zurückschicken. Das neue Gerät war schon auf meinen Vertrag registriert. Das heißt, ich muss es nur in die Jacke, in den Protektor einschieben. Und es wird funktionieren. Also alles in allem fand ich den Service sehr gut. Schade nur um die schlechte Qualität dieser USB-Ladebuchse, dass die nach so kurzer Zeit und wenigen Aufladevorgängen, weil die Batterie ist unheimlich haltbar. Man muss nicht dauernd aufladen und man hat sie auch nicht permanent angehabt, die Jacke. Insofern ist der frühe Verschleiß ziemlich schade. Der Gesamteindruck der Jacke ist positiv. Genauso wie der Service rund um den Airbag durch die Firma In Emotion. Ich ziehe die Jacke gerne an. Sie sieht gut aus, gut verarbeitet und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit. Was auch, sag ich jetzt mal, einem ehemaligen Anfänger in meiner Situation dann doch auch ein bisschen psychische Stärke auf der Strecke gibt. Also ich habe, glaube ich, mich etwas mehr entspannt auf dem Motorrad während der Nutzung der Jacke und habe dieses Jahr oder diese Saison im Vergleich zu den letzten fünf Saisonen vorher viel mehr gelernt. Wenn euch der Bericht gefallen hat, dann hinterlasst mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal und schaut euch meine anderen Videos an. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.